Die Stadt Friesach geht mit der Zeit und ist ab sofort auf diversen Social Media Plattformen mit einem eigenen Kanal aktiv. Ab sofort könnt ihr ein monatliches Kurzvideo mit wertvollen Informationen rund um Veranstaltungen der Vereine und Institutionen der Stadt Friesach erhalten. Beispielsweise über den Facebook-Kanal Erlebnisstadt Friesach oder auf YouTube unter Gemeinde Friesach. Und was sich die Gemeinde zusätzlich ausgedacht hat, erzählt euch Bürgermeister Josef Kronlechner. Liebe Bürgerinnen und Bürger, nachdem in Friesach sehr, sehr viele Veranstaltungen sind, wir diese Veranstaltungen auch über die Stadtgemeinde bzw. über das Bürgerblatt informieren, haben wir uns die Gemeinde etwas ganz, ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar, um noch präsenter zu sein, um auch viele, viele Menschen auf Sprecher zu kennen, vor allen Dingen die Jugend, haben wir uns jetzt auch etwas einfallen lassen, dass wir über die sozialen Medien einen gemeinsamen Auftritt präsentieren können. Wir bieten euch jetzt die Möglichkeit, eure Veranstaltungen über ein Video bei den sozialen Medien dementsprechend zu präsentieren. Das heißt, dass wir eine einheitliche Werbelinie fahren, ist es natürlich notwendig, dass man sich bei der Gemeinde meldet, sich eine Veranstaltung anbietet, die Gemeinde wird das vermitteln. Und dann hat jeder Verein, jede Institution die Möglichkeit, gegen einen geringen Beitrag, den ihr zahlen wirst, den Rest übernimmt die Stadtgemeinde Friesack. Und ich suche euch von unseren Möglichkeiten, Gebrauch zu nehmen, dass das dementsprechend auch über den sozialen Medien rüberkommt und wir gemeinsam tolle Feste vorstellten können. Okay. 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 Das war's.